ich weiß nicht was ist jetzt hier das zum spiel ist jetzt gebracht hat okay was passiert jetzt heldenhafter lebensretter weiter achtung weitere verletzte personen im einsatzgebiet sofort versorgen und transportieren der fluss ihnen hat das gesamte einsatzgebiet überschwemmt wir haben es hier mit einer völlig neuen situation zu tun setzen sie ihre rettungsmaßnahmen unter den neuen bedingungen fort wir schicken ihnen das material das sie brauchen werden okay aber da gucke ich mal ob ich diesen spielstand speichern kann das finde ich gut wenn ich das speichern kann so ja okay luftblasen luftblasen wir blasen euch weg ja hier sind ne menge blasen okay so gibt es die brücke noch ja die brücke gibt es noch aber da kommen die mehr dran auf dem dach des einsturz gefährdeten gebäudes befinden sich menschen hätten sie sie bevor das haus einstürzt sie sollten taucher einsetzen um nach opfern unter wasser zu suchen und sie zu retten einsturz gefährdeten Personen wo so um denn dabei sie sollten im wasser treibende Menschen so schnell wie möglich an Land bringen verstanden was geht so aber ich werde jetzt auch das boot ansetzen aber jetzt ist die frage wo ist das haus wo hier die personen draufstehen ich würde jetzt gerne mit dem bergehelikopter hier personen retten ein bisschen schadensbegrenzung da ich habe ja da noch ein taucher was geht es wird ausgeführt so ist hier noch irgendwo was nein kommt das hier durch bin unterwegs höre schon unterwegs kommt der dadurch der kommt dadurch durch was gibt es ja so verstanden was gibt es du hast eine person da bin unterwegs höre da ist keine person das einsturz gefährdete gebäude bricht gleich zusammen ja so was gibt es bin unterwegs over and out dann werden wir jetzt mal die person retten in dem überfluteten gebäude gefunden ja schon unterwegs so komm kannst du jetzt die nächste person aufnehmen direkt gleich jetzt ungefähr bestätige so so da ist das löschboot ja oh du hast auch eine person ne ne mensch scheiße ach scheiße ach scheiße bin unterwegs so das boot nimmt dann diese bitte auf jetzt ist die frage wo wo sind meine anderen ja so wird ausgeführt bist du wohl was gibt's auf dem weg das mal hier hin müssen obwohl ich hab doch hier oben auf dem weg eine zentrale anlaufstelle ne nein die rettungshunde fahrzeuge brauche ich jetzt nicht so wie sieht's hier aus ok so du gehst jetzt bitte direkt wieder auf Wanderschaft und untersuchst hier das ja wird ausgeführt so ähm boot höre ja höre höre ist in arbeit höre ist in arbeit schon unterwegs höre so ähm blödchen so ähm heli du kümmerst dich bitte da was gibt's ja und die person bitte rausnehmen der taucher hat kein opfer in dem überfluteten gebäude gefunden so das bedeutet ja wo ist die nächste person da schon unterwegs ja so leicht ja so so langsam aber sicher habe ich das hier im griff alles klar so ähm was was gibt's ich bin unterwegs hm hm der taucher hat kein opfer in dem überfluteten gebäude gefunden mhm was gibt's da ist auch noch einer ich bin unterwegs jetzt jetzt recht es sich wirklich dass ich ja so bin dabei oh man ja bin unterwegs wird ausgeführt wird umgehend durchgeführt ja ist in Arbeit so wo ist die nächste Person also ich gehe es jetzt hier wirklich ähm ganz kontrolliert ab mal so halb bis kontrolliert so nö ich hab hier nirgends wo mehr was also kann der an den Anleger stehe ich hier auf dem Weg was gibt's wird umgehend durchgeführt wird umgehend durchgeführt höre wird gemacht der taucher hat kein opfer in dem überfluteten gebäude gefunden mhm ja ah cool bin unterwegs dann bringst du den bitte da hin was gibt's so das ist ja cool was gibt's verstanden was gibt's wird gemacht höre nicht in Arbeit mhm cool so dann gucken wir mal hier sind was gibt's was gibt's ok der wird jetzt dahin gebracht so ist hier was hm hast du hier was gefunden der taucher hat kein opfer in dem überfluteten gebäude gefunden ok also uninteressant dann geht's hier jetzt weiter und zwar guckst du dann hier höre höre einsteigen bitte beide höre höre äh mein dritter und vierter taucher ja so was gibt's wird umgehend durchgeführt mhm ja ja da wird ausgeführt was gibt's auf dem weg so komm höre da ist noch ein taucher bin unterwegs höre habe verstanden so bin unterwegs höre schon unterwegs los geht's aber das ist ja mal fast gut gegangen hier ne das ist ja mal fast gut gegangen so taucher du hast auch eine person dann bitte auch hier abladen jetzt gucken wir nochmal ganz genau durch die Straßen lassen das da kümmert sich jetzt einer schon drum da ist nichts da ist auch nichts der taucher hat kein Opfer in dem überfluteten Gebäude gefunden gut und hier bin unterwegs bin unterwegs bin unterwegs wird umgehend durchgeführt höre bin unterwegs so das heißt jetzt haben wir hier oben nur noch eine andere Laufstelle eine Zentrale ja wird ausgeführt um die sich jetzt alle gekümmert wird auf dem Weg und dann sollte eigentlich Innsbruck fertig sein ja schon unterwegs ist in Arbeit für den ist es mehr als nur knapp bin unterwegs was gibt's fünf Plätze habe ich noch frei das sollte jetzt nicht das Problem sein da kommt jetzt eh gleich wieder einer höre wird ausgeführt aber offen gestanden das war's das sollte es gewesen sein hm fände ich noch irgendwas wirklich katastrophales passiert was gibt's ja bin unterwegs Achtung es wird gerade gemeldet dass weitere Lawinen in diesem Gebiet erwartet werden mhm hier bleibt nicht mehr viel Zeit die Rettungsarbeiten hier anzuschließen umgehend durchgeführt höre auf dem Weg so das heißt das Boot jetzt muss es einiger jetzt muss es schnell gehen Ausführung beginnt äh auf dem Weg was bleibst du hier du sollst da du sollst hier bleiben ich glaube es geht los so äh ja ja wird umgehend durchgeführt Achtung die Zeit wird knapp Sie müssen die Rettungsarbeiten hier schnellstens abschließen weitere Lawinen werden erwartet meine Güte komm mach hinne mach hinne mach hinne mach hinne föhre wird umgehend durchgeführt bin unterwegs so föhre bin unterwegs äh was gibt's äh warum bist du noch nicht wieder an Bord bin unterwegs hm weil du gefunden hast ja das ist eine schöne Stelle zum Planschen willst du mich verarschen das war ok das hätte aber noch besser laufen können Yes 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 weiter Nis-Mission starten gucken wir uns schon mal das Video dazu an auch wie schön oh wie schön ein Markt und es brennt es brennt es brennt und da geht die Framerate nach unten nach einer langen Hitze und Dürreperiode bedroht nun ein Waldbrand auf dem Akropolis-Hügel von Athen in die Stadt und ihre Bewohner bringen sie die Brände unter Kontrolle und löschen sie sie retten sie Stadtbewohner und Touristen so wir gucken aber wie immer in die Mission einmal rein aber ja ich hoffe ich habe eine Menge äh Busse dabei weil sonst wird das nämlich sehr sehr unschön mhm oh scheiße ach du heilige Scheiße ach du heilige Scheiße ok aber an dieser Stelle mit mit dem Löschflugzeug mit dem Löschflugzeug können sie ein Ziel für das Löschflugzeug bestimmen einfach das Kommando Fahrzeug auswählen und dann mit der rechten Maustaste auf das Objekt klicken das gelöscht werden soll aber Achtung das Löschwasser vom Fahrzeug kann Personen verletzen habe ich danke so aber an dieser Stelle bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen wünsche euch noch weiterhin viel Spaß mit den Videos von WTUSS.de wenn es euch gefallen hat lasst uns ein Like da ansonsten schreibt wie immer in die Kommentare bitte rein was ich hätte best machen können und in diesem Sinne sage ich jetzt einfach bis zum nächsten Mal und bis zur nächsten Folge in Athen bis dann Tschüss